Und damit willkommen zurück zu Donkey Kong Country und ich habe ein Frosch im Hals mit Fleisch. Mit Bananen-Centos, der ein Quarkfus im Hals hat. Mmh, toll. Nomnomnom. Nomnomnom. Ein Tholes-Produkt. Ein Frosch im Hals. Ein Arschprodukt. Sind das Nüss oder Arscher, Alter? Das sind wie Katzen. Du bist so ekelhaft, ne? Ganz ehrlich. Du bist so Iba. Ist Iba. Da kommt das Seil. Da kommt das Seil. Sprink einfach. Das Maul. Du Arsch mit Ohren. Doink, doink. Ja, ich schaff das immer, dass ich nicht wirklich... Nee, du kommst bei dem genau auf die Fresse. Ja. Merk's. Die Fresse. Merk's, die merk's. Erst Quokeduck. Nee, erst gleich Quokeduck. Und, das passiert nie andauernd. Naja, meinst, warum da wohl ein Fass ist? Ja. Ah, ey. Du hast weggeklatscht. Hab ich gemerkt. Das hab ich grad gemerkt. Krokoduck. Oh, Krokoduck. Ist schon mal wieder so runter? Ja. Ist voll komisch, ne? Ist immer so. Wow. Genau so wie vorhin. Ja. Ja, ja. Ja. Jawohl. Nice, Zendos. Bin safe. Bin safe. Da wangst. Ja, kommt da. Was? Der Fassfurtz? Ah, da kommt. Der Fassfurtz. Den Fassfurtz am geilsten. Zendos. Hast du das gesehen? Das war knapp. Oh. Du musst erst mal reinkommen, mal wieder. Wow. Da hat sie da unten werden Abgrund. Nein. Man kann oben und unten lang gehen. In dem Fall. Wenn du oben lang gehst, dann kommst du direkt an den Affen dran. Fuck. Wollte ja auch keine Rausspringer, aber irgendwie. Ja, ja. Schade. Soll ich mal safen? Dann bist du auf jeden Fall immer in der Safe Zone. Ja, klar. Ob du es brauchst oder nicht, das ist ja immer noch reingesagt. Aber trotzdem bin ich relativ weit gekommen eben dadurch. Ja, doch. Riskant. Riskant war das echt. Deine Sprünge auf den Reifen rauf und gleich wieder rüber ans Seil. Das musst du auch hier. Und das nicht. Ach man. Guck mal, eine Banane hat gefehlt. Ja. Die Banane ist mir scheißegal. Ich gehe auf das erste Level. Banane im Pyjama ist lustig anzusehen. Zendos, hat eine Teil. Kannst du noch nicht mehr? Ja, ich kenne das nicht mehr. Was ich noch kann, das ist die Tex-Ari-Show, Alter. Die Banane im Pyjama? Nein. Das ist die auf Kicker. Ja, guck. Nicht meine Sendung gewesen. Oh, scheiße. Tex-Ari-Show habe ich damals als Kind immer geguckt. Ja, das habe ich auch geguckt. Ich habe als Kind nicht viel Fernsehen geguckt. Nein. Nein. So glaube ich dir das jetzt nicht. Hä? Wir hatten Nintendo 64. Wir hatten Super Nintendo. PlayStation 1. Ja. Beliebstes Spiel war das... In den Arschfick war damals das beste Spiel. Mann. Ein Suchtspiel, was man Tage durchgespielt hat. Nintendo 64 auch. PlayStation 1 hatten wir. Aber ein Suchtspiel Nummer 1 ist nicht nur Mario und Donkey Kong, sondern Harvest Moon. Man glaubt es kaum, ein Kinderspiel, aber ein Suchtspiel. Weiß doch drauf. Echt. Das war ein Suchtspiel Nummer 1. Manche Spiele sind lustig zu spielen. Und süchtig. Ja, das kommt auch noch dazu. Fuck, zu weit gesprungen. Ja, ich weiß vielleicht. Und glaubt es kaum, Harvest Moon hat genauso viele Teile wie Assassin's Creed. Na, so was. Aha. Ich habe es ja nämlich alle im Regal stehen. So behindert, ne? Nein, ich wollte gerade abspringen. Ich bin so behindert. Ja, schaffst du bestimmt gleich wieder. Warum? Warum? Ich bin immer da dran. Oh Mann, ey. Weil du doof bist. Was hast du jetzt raus, dann? Ja, das ja. Und das hier. Au. Ja. Wie weit komme ich? So, ich vergeig jetzt schon hier hoch. Ja, meins ja. Ach komm, ich musste doch springen. Besonders wenn man vergisst, es hat mich springen fast. Ja. Ja. Oh Mann, ey, die sind so geil schwitzig. Richtig nom nom. Nom nom. Spritzig schwitz, nom nom. Spritzig spritz, nom nom. Ja, ja, ja. Das ist auch gemein, ne? Vor allem kannst du wieder zurückfahren. Und tschüss. Das ist bestimmt nur für den Fettsack da. Ja, kann sein. Oh Mann, und da unten könnte man bestimmt auch hinspinnen. Boah, hörst du das? Was? Das hier. Das ist... Ah, du bist so ekelhaft. Das ist nur mein Ende, Alter. Du bist so ekelhaft. Du bist so ekelhaft. Was tut er? Was ist mit dem Reden oder was? Auf Affisch oder was? Hab ich doch gerade. Von Affen, Zoran, U-Tan. Deswegen hat er kurz gewartet. Achso. Smalltalk. Smalltalk, ja. Schmude. Ah, leck mich. Nee, danke. Affenkot möchte ich auch nicht. Boah. Tschüss. Sogen, dann. Also wenn du... Tipp ist, wenn du das Ding wirst, direkt hinterher. Ja, schön. Direkt hinterher. Halt's den Maul. Was denn? Das Ding rollt doch runter. Ja, ich weiß. Trotzdem halt's den Maul. Ob ich das denn kriegen würde? Hallo? Du redest mit mir. Was war das? Mein Arsch. Ja. Und weiter geht das Gefälle. Yay. In dieser Runde werden wir kein Ding schaffen. Ich glaub's auch nicht. Das ist nicht in meinem Urin, was gespült worden ist. Donkey Kong würde auch Plaudern nehmen. Also. Achso. Deswegen hing der Runde. Von Gorilla zu Ohren Uta, ne? Ja. Klar. Müssen sich auch mal unterhalten. Was denkst du denn? Wir reden eigentlich nicht. Uhuhuhuhu. Uhuhuhu. Also ich sag ja, ich krieg... Uhuhuhu. Du redest mit mir. Aber tröstlich, ich kann laden los. Die sagen immer Uhuhu. 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 Patex. Kleber. Uhuhu. Kleber. Uhuhu. Uhuhu. Toolist Produkt. Danke für die 1.000 Euro. Jetzt gibt's 2.000 Euro dafür. Nein, danke für die... Danke für die... Danke für die... Das Toolist Produkt. Danke für die 1.000 Euro. Toolist Produkt. Hashtag Toolist Produkt. Aber bitte mit U schreiben, nicht mit O. Weil es ist ein Toolist Produkt. Ein Toolist? Ja. Das Toolist Produkt. Ja. Mit Fettzack Dongi? Schafft man das auch? Ja, sicherlich. Wenn man das richtig macht, ja. Boy. Ah, komm schon. 1 Uhr haben wir jetzt gleich. Ja? Ja. Wir nehmen mitten in der Nacht auf. Wegen Centos. Ja, wenn man auch erst von der Arbeit kam, vor 3 Stunden. Das zeigen sie alle. Ja, kommt hin. Oh, das war knapp. Zum Glück zum Rechnen. Naja, sagen wir 2 1 1 1 Stunden. Warum ist das Ding eigentlich so schnell? Ich hab keine Ahnung. Boah. Jetzt geschafft. Vielleicht hättest du einfach mit runterfallen müssen. Und dann da rüberspringen. Ich hätt einfach gar nicht... Ich hätt einfach nur links stehen bleiben müssen. Mit dem Fass. Nein. Oder einfach das Muhl halten. Das Muhl halten. Ja, das Muhl halten. Hallo. Freundchen. Der Sonne. Knapp. Knapp. Oh, nicht. Knapp? Nö, ich hab nur noch ein Leben. Cool. Ich kann aber laden. Tröste dich. Aber du auch nicht weiterkommst. Ich würde ja auch vorher speichern. Ach ja. Der Dreck ist hier. Er ist immer Fettsack, Donkey. Wie oft haben wir schon geschafft, in dem Spiel Scam-Over zu gehen? Zweimal? Äh, dreimal. Dreimal? Mhm. Noch keine Ahnung. Doch, ich hab's einmal auf jeden Fall gemacht. Ja, ich auch. Das weiß ich. Ich glaub sogar zweimal hast du's gemacht. Ja, ja. Er kann sein einmal, doch einmal geladen und beim zweiten Mal haben wir's so gelassen. Das war ja genauso bei dir auch. Einmal, einmal geladen und beim zweiten Mal haben wir's dann so gelassen. Irgendwie so. Wegen, wegen, Level Farm. Genau. Level Farm mit Flash. Ja. Donkey Kong, was machst du da eigentlich? In der Luft schweben, siehst du doch. Ernsthaft, wenn ich so in Luft schweben könnte, ne? Warum spiel ich das dann eigentlich so? Leider ne Ahnung. Weil du kein Cheater bist. Cheater nicht. Ach nee, das bist du ja doch. Vielleicht mal rum mit runter, weil ich nicht. Oder so. Alter, ich müsste einfach wechseln. Nein, ich kann's in diesem Moment nicht. Kacke, Mann. Vielleicht. Ich klebe an diesem Stuhl fest. Dem, 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 dem. Ich brauche irgendwie einen neuen Stuhl. Ja. mittlerweile automatisch runter finde ich richtig top bewegt sich bewegt sich paar mal schon einen ausgesucht ja so ein bisschen ein bisschen teuer ich glaube jetzt ist ja eh weg könnte aber auch weil bild frame und nicht speichern springen gedrückt ich habe doch ein leben das kommt ja auch noch dazu dass wir gleich fertig sind meine hände ich will das noch einmal probieren die folge wird heute länger bitte nicht frech fräulein was du bist ein fräulein zentriene schützt jetzt einfach ab was einfach was einfach was bitte jetzt ich habe konzentriert dich zu verwirren ich werde schon sehen dass es jetzt schon vergeigt weil ich dieses fass hasse und damit wenn wir sagen bis zum nächsten mal bei danke kann country für uns war es heute ciao ciao nein auf nimmer wiedersehen